Volks TV präsentiert das zweite Grochledernfest in Bernbach. Erleben Sie ein Zwei-Tages-Fest der Superlative mit vielen tollen Künstlern und einer einzigartigen Zeltstadt. Samstagabend wird gefeiert mit tollen musikalischen Gästen wie der Gruppe Rosenherz, Käpt'n Klug und die Zwergsteirer, dem Sulmthal-Express. Die Grochledern und unser Daniel Düsenflitz ist ebenso mit dabei auf einer einzigartigen Bühne. Den perfekten Abschluss gibt es Sonntag mit einem wahren Kinderparadies. Musikalisch werden hier unter anderem noch die Original-Zirbitz-Burm-Verstimmung sorgen. Also, wenn das kein Grund zum Feiern ist!